Nein, ich hätte mir auch... Ganz ehrlich, warum haben wir jetzt nicht den Job genommen? Ach Mensch, warum bin ich mitfrieden? Warum... Warum? 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 Du bist daran vorbeigefahren! Du fährst zwanzig Meter dran vorbei! Ich meine, er sagt so, fahr... Ich meine, aber du sagst so, er sagt so, fahr nicht zum Job. Du fährst dann so trotzdem zum Job und dann nimmst du ihn ja nicht mal. Ja, aber wenn du doch siehst, dass es daneben ist. Hier ist der SKS. Bitte? Was? S... Du wechselst... SKS Achso, äh... Willst du sie nehmen, oder? Ich nehme... Ich hab... Zwei Holos. Ja, das ist gut. Ja... Was? Ja... Was? Zwei Jeeps hier, oder? Einer ist noch da! Da liegen vier Jeeps! Fünf! Was? Zwei explosierte, zwei liegen auf der Seite! Was? Hier ist einer, Tomoki! Wo ist hier? Hier auf der Straße! Achso! Zieh ihn halt nicht! Das ist genau, wer frickt! Ja! Nice! Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Ja, das ist ja nicht! Was ist das? Was ist denn Fickham, die sich hier anschaltet? Was ist hier passiert? Was ist das denn? Was ist hier passiert? Alter, what the fuck? Alter, what the fuck? Oh mein Gott! Äh, man hat den Vierfasskop, ne? Gibt's noch Scoops für mich? Dumm. Schuss mit Marco Garmentcher